Yo, meine lieben TikToker, wie manche schon wissen, wurde ich ja bei SWR aktuell ausgestrahlt, was ich mir so zu Weihnachten wünsche. Das habe ich aber immer selber mit meinem Handy aufgenommen, weil es gibt nicht wirklich einen Download-Link dazu, dass ich mir komplett auf meinen PC runterladen kann. Deswegen werde ich es euch hier nochmal zeigen. Ich mache es extra auf bei SWR aktuell. Ich wurde aber leider geschnitten, weil ich habe eigentlich noch viel mehr mich dazu geäußert. Das wird allgemein bei uns abgeht, dass da auch mehr den Zusammenhalt da sein soll. Aber, naja, die Silvester-Videos, die man da so sieht, ist das eher reine Eskalation. Aber ich wollte jetzt mit den Weihnachts-Videos ankommen. Das machen wir hier jetzt auch. Und hier sieht man mich schon. Gehen wir mal drauf. Ich wünsche mir dieses Jahr zu. Und dann los. Und im Anschluss daran natürlich auch einen guten Start ins neue Jahr haben. Ich wünsche mir für viele Jahre Frieden auf der Welt. Das wäre mein Wunsch. Das ist ein sehr schwerer Wunsch, aber das wünsche ich mir. Ja, am liebsten würde ich mir ein neues Motorrad wünschen, ganz klar. Warum? Weil ich Motorräder liebe und ein neues brauche. Ja, zu Weihnachten wäre mein großer Wunsch, der aber eigentlich an und für sich immer so ist, dass wir einfach mal zusammenhalten sollten und nicht hier alles gespalten und gegeneinander. Ich wünsche mir, dass meine Kinder und Enkelkinder bleiben gesund und leben immer weiter. Leider haben sie mich dann auch geschnitten, war da noch nicht fertig. Warum sie mich geschnitten haben, kann ich mir auch schon ehrlich gesagt denken. Es wäre ja aktuell alles staatliche Sender. Da soll halt einfach nur das ausgestrahlt werden, was die Leute hören sollen. Wollt ihr jetzt mal nur so mal zeigen, ich wünsche euch noch ein neues Jahr, ein frohes neues Jahr und bleibt gesund und macht das bloß weg.